Noch fünf Handelstage bis SoFi am 29. April seine Quartalszahlen präsentiert. Ich möchte mal in diesem Video so ein bisschen anschauen, was uns bevorsteht, wo die Richtung hingeht und auch ein paar aktuelle Ereignisse mit euch angehen zur SoFi-Aktie. Wer in SoFi investiert ist oder schon länger verfolgt, der wird ein ganz besonderes Muster eigentlich festgestellt haben, das so gut wie bei allen Quartalszahlen abläuft. Und das Muster lautet, die Quartalszahlen sind sehr stark, man schlägt die eigenen Erwartungen, man schlägt die Markterwartungen und zwar dreifach, man erhöht seine eigene Prognose. Der Aktienkurs reagiert dann positiv, wie beispielsweise auch hier beim letzten Mal und kurz darauf bewegt sich der Kurs aber wieder gen Süden. Das heißt, diese sehr positiven Signale, die die SoFi-Aktie und das Unternehmen, das Business grundsätzlich liefert, kann sich im Moment noch nicht voll auf den Aktienkurs durchschlagen. Wieso ist das so? Nun, auf den Finanzmärkten passieren immer wieder Dinge, dass das Business-Modell nicht zum Aktienkurs passt oder umgekehrt. Bei SoFi hat es aber eine ganz spezielle Richtung, nämlich wird SoFi auch von vielen, ich sag mal größeren und kleineren Personen auf dem Finanzmarkt als Hedge benutzt und die Aktie wird relativ stark geshortet. Wenn wir uns die Shortquote anschauen von SoFi, die Aktie, das Unternehmen hat knapp eine Milliarde Aktien ausstehen und bei 171 geshorteten Aktien so Ende März beträgt die Shortquote etwa 17% der gesamten Aktien. Das ist schon sehr viel, also eine sehr hohe Shortquote. Und jetzt kann man sagen, okay, die meisten Unternehmen, die eine so hohe Shortquote haben, da muss doch irgendwo der Hund begraben sein, ja, da muss doch irgendwas, irgendwas muss da mit dem Geschäftsmodell nicht stimmen oder ja, irgendeinen Grund muss es haben. So muss man dazu sagen, die Shortquote war vor kurzem noch höher und ist jetzt ein Stück zurückgekommen. Und der Hauptgedanke hier tatsächlich für die ganzen Shorts, ich verfolge auch regelmäßig die ganzen Personen, zumindest die, die es öffentlich auch bekannt geben, wieso sie das Unternehmen shorten. Bei denen ist es tatsächlich nicht so, dass jetzt irgendwie ein großer Shortreport rausgekommen ist oder ein Shortsellerreport rausgekommen ist und irgendwelche Ungereimtheiten entdeckt hat in dem Sinne. Es ist vielmehr so, dass die meisten Personen, die SoFi shorten, wie gesagt als Hedge benutzen. So, wie könnt ihr das jetzt ein bisschen beurteilen? Ja, unter was kann man das ein bisschen einordnen? Es ist so, dass die ganzen Personen, die SoFi shorten, andere Positionen oder mit anderen Aktien long gehen. Das heißt, sie setzen beispielsweise auf Tech-Aktien, sagen aber gleichzeitig auch, hey, ich sehe eine positive Entwicklung bei den Tech-Aktien, aber es könnte sein, dass die Wirtschaft kollabiert oder es könnte sein, dass die Arbeitslosenquote steigt. Es könnte sein, dass wir beispielsweise viel länger brauchen, bis das Zinsniveau von der FED wieder gesenkt wird und weil es eben so lange steht oder so lange hoch steht, wird das dazu führen, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgleitet und dann die Arbeitslosigkeit ansteigt. Und dann suchen die sich entsprechend aufgrund dieses Szenarios eine Aktie aus, von der sie, wenn man mal ein bisschen öfters oder intensiver ihre Kommentare auch liest, zumindest bei denen, die das öffentlich machen, und dann stellt man fest, dass sie das Unternehmen, das Unternehmen selbst eigentlich nicht so gut kennen, aber es ausgewählt haben als Short-Position, einfach nur mit dem Gedanken, naja, es ist eine Bank, für eine Bank ist es relativ stark bewertet und es hat ein relativ starkes Kreditportfolio aufgebaut, die auf Personal Loans, also praktisch Privatkredite stehen. Und wenn jetzt nun eben viele Personen genau in diesem Szenario arbeitslos werden, werden sie ja nicht ihre Kredite bedienen können und dementsprechend wird ja die SoFi-Aktie unter genau diesem Szenario ja deutlich leiden. So ungefähr, müsst ihr euch das Ganze vorstellen, erfolgt die Überlegung, wieso dann die SoFi-Aktie massiv geshortet wird. Also vielmehr als Hedge für makroökonomische Daten. Für mich ist es eher so, dass ich das Unternehmen anschaue und mir anschaue, wo geht, in welche Richtung entwickelt sich das Unternehmen, welches Management steht dahinter und ich muss einfach sagen, die letzten Quartale, die letzten Jahre, seit ich die SoFi-Aktie habe, hat das Management einfach wirklich sehr stark abgeliefert. Und wir stehen jetzt auch mit dem Aktienkurs, wenn wir mal die letzten Wochen zumindest mal anschauen, dann, ja, die Aktie hat sich jetzt nicht stark bewegt, das ist hier in so einer Range drin. Es ist natürlich schade, wenn die Gesamtmärkte, wie jetzt zum Beispiel hier der Nasdaq in der gleichen Zeit, massiv angestiegen sind. Gleichzeitig muss man jetzt sagen, ist der Nasdaq jetzt tatsächlich, ich sage mal, kein richtiger Crash, aber schon deutlich im Korrekturmodus jetzt die letzten Handelstage und davon ist jetzt die SoFi-Aktie zumindest teilweise verschont geblieben. Was auch daran liegen kann, dass jetzt vielleicht manche Personen sich wieder ein bisschen eindecken mit den Short-Positionen, weil jetzt eben ihr Szenario vielleicht nicht ganz so arg rausspielt oder die Positionen, bei denen sie long sind, jetzt anfangen zu fallen, dort auch steigen, gleichzeitig ihre Hedging-Positionen reduzieren. Viele Möglichkeiten gibt es. Unterm Strich interessiert uns jetzt aber als langfristigen Investoren von SoFi, wo geht die Reise hin? Entwickelt sich der Business Case genau in die Richtung, mit dem wir vor ein oder zwei Jahren geplant haben und wie wird es dann dieses Jahr und nächstes Jahr ausschauen? Hierzu gab es jetzt auch in den letzten Wochen einige Ereignisse. Eines dieser Ereignisse hat dazu geführt, dass der Aktienkurs von SoFi kurzfristig nachgeben hat und sich danach wieder stabilisiert hat. Und dieses Ereignis hier ist eben darauf zurückzuführen, dass eine Wandelanleihe ausgegeben wurde. Ich verlinke euch hier mal einen Artikel, der wirklich mega interessant ist. Ich habe die Person schon öfters mal erwähnt, auch einen Privatinvestor, der SoFi sehr stark analysiert. Und ich gebe es zu, oftmals taucht er viel tiefer nochmal ab, als ich beispielsweise. Und ich nehme oftmals seine Daten ran, um praktisch mein Investment Case so ein bisschen auch zusätzlich mit abzugleichen. Es ist immer wichtig, ja nicht nur hier mit Scheuklappen, mit seinen eigenen Vorstellungen nach vorne zu marschieren, sondern immer wieder ein bisschen nach rechts und links zu gucken. Zum einen, ich sage mal, bullische Signale oder bullische Artikel zu lesen, aber genauso gut auch bärisch, um dort dann auch zu sehen, okay, was spiegelt sich in meinem eigenen Investment Case, und wo kann ich jetzt entsprechend tatsächlich, wo sehe ich, wohin die Richtung geht. Also wie gesagt, dieser Artikel wird unten von mir verlinkt. Wichtig ist hier eigentlich folgendes festzustellen, ja. SoFi hat eine Wandelanleihe ausgegeben und der Aktienkurs hat negativ reagiert. Und da haben mich gleich welche Personen gefragt, okay, JD, was hat es damit auf sich? Was bedeutet das für mich jetzt als Investor? Also grundsätzlich, ich glaube, unter den Strich kann man eins sagen. Also wer es im Detail durchlesen will, wie gesagt, unter dem Video, in der Videobeschreibung, diesen Artikel mal durchlesen. Im Endeffekt geht es aber auf einen, oder läuft alles auf einen Punkt hinaus, ja. SoFi gibt, oder verschuldet sich, ja, also gibt eine neue Wandelanleihe aus, die gleichzeitig in Aktien umgetauscht werden kann, ja. Das haben so Wandelanleihen in der Regel mit sich. Bedeutet auch, dass im Endeffekt jetzt der Aktienkurs oder die Aktien verwässert werden. Das heißt, es gehen mehr Aktien, werden wahrscheinlich unter diesen Bedingungen auf den Aktienmarkt fließen und die Anzahl der Aktien nimmt zu. Das heißt, gleichzeitig mein eigener Aktienanteil am Unternehmen sinkt. Das ist schlecht, grundsätzlich. Eine Verwässerung ist immer schlecht. Jetzt hat es aber immer einen besonderen Aspekt, nämlich kann SoFi mit der Ausgabe von diesen neuen Aktien mir mehr Return on Investment mit diesem Kapital zurückbringen, als es ohne entsprechend abgelaufen wäre. Also kurz gesagt, wenn ich jetzt von dir 100 Euro nehme, kann ich dir dann wieder entsprechend 110, 115 Euro irgendwann wiedergeben oder bekommst du nur für 85. Das ist so ein bisschen der Gedankengang. Wenn die das frische Kapital nutzen, um dann den alten Aktionären einen viel größeren Mehrwert zu bringen, als bisher möglich war, dann ist es immer positiv. Eigentlich auch grundsätzlich bei jeder Kapitalerhöhung oder eben auch bei den meisten Wandelanleihen. Jetzt ist es so, jetzt hat hier SoFi das Kapital genutzt, um zum einen alte Schulden, die relativ teuer waren, also praktisch so, wo man auch eine Dividende zahlen musste, weil es so Vorzugsaktien waren. Diese alten Schulden hat man jetzt gleichzeitig mit dieser Wandelanleihe bedient und gleichzeitig auch versucht, mit einer gewissen Finanztransaktion dafür zu sorgen, dass diese Verwässerung nicht überhand nimmt. Unterm Strich lässt sich aber im Endeffekt sagen, wird SoFi fähig sein, dieses Kapital zu benutzen und dann in sein eigenes Member-Wachstum zu investieren und dieses Member-Wachstum dann entsprechend zunimmt oder die Kreditvergabe zunimmt und gleichzeitig die Verluste aus diesem Kreditgeschäft nicht überproportional ansteigen. Das heißt, dieser Return on Investment, den man dann praktisch zeigen kann, wenn der positiv ist, als er vielleicht auch bisher war, dann ist es für mich auch als Aktionär positiv. Das heißt, kann SoFi das Geld effizient nutzen oder nicht, daran hängt entsprechend auch der Aktienkurs in Zukunft. Wie gesagt, unterm Strich komplett. Jetzt gibt es hier auch in den letzten Wochen noch ein paar Ereignisse, wo man dann sagen kann, okay, muss das Geld jetzt dafür ausgegeben werden oder ist das positiv zu sehen, ist das negativ zu sehen? Meistens ist sowas immer entsprechend negativ zu sehen, wenn jetzt irgendwelche großen Unternehmen anfangen, massiv Geld zu nehmen und in irgendwelche Marketingaktionen zu stecken, sich Stadienrechte kaufen oder Namensrechte an diesen Stadien kaufen. Wir wissen ja, dass das SoFi Stadium vor einigen Jahren schon von SoFi das Markenrecht und Namensrecht übertragen wurde und das hat eigentlich ein, zumindest wenn man mal den Äußerungen vom Management glaubt und bisher gab es eigentlich vom Management niemals eine Aktion, wo man eigentlich dem Management hätte misstrauen müssen, aber die sagen ganz klar, ja, diese Namensrechte haben sich für uns so massiv gelohnt, dass wir jetzt, ja, eine neue Aktion starten, nämlich auch weiterhin zum Beispiel jetzt nicht nur uns ein, nicht nur die Namensrechte in einem der größten Stadien in den USA uns sichern, nein, wir sichern uns jetzt auch nochmal eine Partnerschaft mit der NBA, damit wir jetzt unabhängig vielleicht von den Personen, die wir jetzt aktuell schon ansprechen, über den American Football oder andere Ereignisse, die hier im Stadion stattfinden, auch eine andere Gruppe von Personen ansprechen können, nämlich die, wo jetzt eher für die NBA, also Basketball sich interessieren und da hat jetzt wieder oder da ist Sofa jetzt eine Partnerschaft eingegangen mit diesem Marketing Tool und da stellt sich jetzt die Frage, okay, wird das wieder einen positiven Return on Investment mit diesem Marketing Kapital generieren können oder ist es, ja, eher negativ für uns Aktionäre zu sehen und hier kann man vielleicht auf einen Punkt hinauslaufen, wenn wir mal auch die, eines der letzten Nachrichten lesen hier von Forbes, dann haben die eine Übersicht erstellt mit den größten und best, oder nicht mit den größten aber mit den besten Banken international oder auch in den USA und hier belegt Sofa mittlerweile den Platz Nummer 5 als eines der besten Banken in den USA. Von Sofa hat vor einigen Jahren noch kein Mensch in den USA gehört, mittlerweile oder beziehungsweise wenn man von Sofa gehört hat dann eigentlich nur als Studentenkreditverleiher und mittlerweile ist tatsächlich Sofa so weit fortgeschritten, dass auch das Memberwachstum so stark ist und auch die Außenwirkung durch diese verschiedenen Marketingaktionen so stark ist, dass Sofa immer mehr und immer stärker zu einem wirklichen Brand aufgebaut wird, also wirklich einer Marke in den USA. Die Anzahl der Personen, die jetzt auch immer wieder Sofa erwähnt, grundsätzlich als ihre Hausbank, auch die wird immer größer und das sehen wir ja auch, wenn wir hier mal auf die letzten Quartalsberichte schauen, das Wachstum der Memberanzahl, das ist schon wirklich stark, also hier dauerhaft über 40% oder um über 30% zu wachsen, über viele Quartale, das ist schon eine Leistung und das wird natürlich dann, wenn man eine Memberanzahl ist immer nur ein Punkt, der andere Punkt ist immer, wie viel Geld bekommt man durch diese Member oder wie viele Produkte kann man diesen Membern verkaufen und wenn das Wachstum auch hier weiterhin so hoch anhält, wie wir das auch in den letzten Quartalen gesehen haben oder sogar in absoluten Zahlen jetzt zunehmen könnte, Antinu Noto hat ja vor einigen Monaten davon gesprochen, dass wir im Jahr 2025, vielleicht auch 2026 Quartale wird sehen können, in dem dann einzelne Quartale tatsächlich wie ein Member Wachstum haben von über eine Million neuer Member und das kann man eben nur erweichen, wenn man eben für deutliche Außenwirkung sorgt, für Unternehmen, die jetzt vielleicht schon deutlich bekannter sind, stellt euch jetzt mal vor, keine Ahnung, eine JP Morgan würde jetzt irgendwelche Namensrechte kaufen, ich glaube, dort ist wirklich das Ganze schwieriger in einen hohen Return und Investment wieder zurückzustellen, als jetzt bei einem unbekannten Unternehmen, das sich jetzt relativ große Partnerschaften sichert, klar muss man da einiges an Geld investieren, aber wenn du komplett oder ich sage mal fast noch unbekannt bist und man dann aber irgendwie an jedem Wochenende, egal wo man jetzt im Sport oder in welchem Event man hinschaut und auf einmal sieht man immer diesen Namen SoFi, SoFi Bank und so weiter, dann erzeugt es schon deutlich mehr Aufmerksamkeit und man sieht es auch an den einzelnen Quartalen, wenn es eben besondere Ereignisse gab oder besondere Events in diesem SoFi Stadium, dann hat SoFi das auch unvermalt mit einem sehr starken Member Wachstum. Also ich würde jetzt hier auch, weil die Frage öfters hochgekommen ist, wie sind hier die Marketingausgaben von SoFi zu sehen, ist jetzt auch diese Aktion, ist sie nötig, ist sie positiv oder negativ zu beurteilen? Im Moment kann man es noch nicht wirklich sagen, also wir wissen, dass es wohl über das SoFi Stadium hier sehr positive Signale und sehr positives Member Wachstum gab die letzten Jahre und jetzt muss hier auch eben die NBA Partnerschaft dann vielleicht in einem Jahr mal zeigen, ob man zusätzlich hier eben für ein stärkeres Member Wachstum gesorgt hat. Wir sehen also zum einen Marketingaktionen, die jetzt weiter aufgebaut werden, man will weiter mit dem Kunden Wachstum voranstreiten, man will eines der größten Banken in den USA werden und man hat jetzt hier auch eben, wie gesagt, jetzt auch Kapitalstrukturmaßnahmen getroffen, damit man, und das ist vielleicht auch hier nochmal der Hintergrund, wenn man mal die Überleitung macht, man bekommt jetzt eben, Banken müssen ja immer so einen gewissen Anteil von Cashreserven gegenüber ihrem Kreditlevel halten, diese sogenannten Capital Ratios, die man auch immer vom entsprechenden Bankaufsichtsgremium dann darlegen muss und hier hat eben auch durch diese Aktion so far jetzt eines höheres Ratio bekommen, was heißt bedeutet, dass es, wenn es irgendwann vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr dazu kommt, dass die Fettzinsen sinken und dadurch auf das allgemeine Zinsniveau sinkt und dann dadurch eben entsprechend höhere Nachfrage nach Hauskrediten, Hausfinanzierungen, Refinanzierungen im Allgemeinen, auch Studentenkrediten wieder deutlich ansteigen, das heißt das Interesse für Kreditaufnahme wieder deutlich stärker wird, dann hat sich eben SoFi eine sehr starke Struktur jetzt schon aufgebaut, damit man diese neue Masse und diese neue Flut an Mitgliedern eben sofort in das Unternehmen integrieren kann und denen eben auch entsprechend Produkte anbieten kann. Es wäre jetzt schlecht, wenn es jetzt irgendwie darauf hinauslaufen würde, dass man relativ knapp auf knapp läuft mit seinem Capital Ratio, dann vielleicht sogar die Ausfallraten ansteigen und dann kommt jetzt irgendwie eine neue Flut an Interessenten, an neuen Membern, die jetzt vielleicht sagen, hey SoFi, ich möchte bei dir einen Kredit aufnehmen und man muss dann irgendwie als Bank sagen, tut mir leid, können wir nicht, wir dürfen jetzt im Moment keine weiteren Kredite ausgeben, weil bei uns ist unsere Capital Ratio relativ eng und das werden wir nicht machen. Deswegen die Strategie grundsätzlich finde ich sehr positiv, man muss jetzt eben wie gesagt dauerhaft schauen, ob jetzt eben die Ausfallraten auch bei SoFi deutlich ansteigen oder nicht und jetzt die Überleitung zu einem vielleicht kritischen Punkt, nämlich vielleicht auch einer der Gründe, wieso jetzt viele Personen auch in den letzten Monaten die SoFi Aktie, aber auch ein paar andere Aktien geshortet haben, nämlich die Ausfallraten in den USA. Also hier seht ihr zum Beispiel jetzt hier ganz explizit die Kreditkartenausfallraten. Ich habe ja mal in meinem letzten SoFi Video schon mal gezeigt gehabt, die Ausfallraten für SoFi speziell. Also SoFi hat eine relativ gute Kundengruppe mit sehr hohen Schufa-Scores, sage ich mal, also in den USA heißt es nicht Schufa, sondern da gibt es jetzt in eigene Maßnahme damit eben für meine deutschen Zuschauer, damit die wissen, ja so ein Schufa-Score so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Da ist SoFi jetzt entsprechend eher an diese sehr top Zielgruppe ausgerichtet und hier bei den Kreditkarten Delinquencies oder Ausfallraten können wir auf jeden Fall sehen, dass die in den letzten Monaten, letzten Quartalen deutlich am Ansteigen sind. Die sind noch unter dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre, aber wir sehen ganz klar den Trend, der nach oben geht und das passiert ohne, dass jetzt wirklich wir eine massive Explosion in den Arbeitslosenzahlen sehen und das lässt schon so ein bisschen aufhorchen. Also wenn wir tatsächlich in eine deutlich massive Rezession reinkommen mit sehr viel Personalabbau, woran ich persönlich ehrlich gesagt nicht glaube, denn es ist immer noch teilweise so, dass die Mitarbeitersituation in den USA ähnlich ist, wie auch vor Deutschland in einigen Jahren, vor einigen Jahren also relativ angespannt und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt das ein oder andere Unternehmen dann eher ein Auge zudrückt und eher mit ein bisschen höheren Personalkosten rechnet, selbst in ein bisschen schwierigeren finanziellen wirtschaftlichen Lage, als jetzt sofort dieses typisch amerikanische Hire and Fire, wo es dann eben auch dazu führt, wie wir auch schon in Situationen gesehen haben, dass dann plötzlich, nachdem dann die Wirtschaft wieder anzieht, diese Unternehmen kein Personal mehr gefunden haben. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, aber hier eben eines der wichtigen negativen Punkte, wenn man SoFi ein bisschen weiterhin betrachtet, ich habe schon mal gesagt, ihr wettet mit SoFi so ein bisschen auch auf die US-Wirtschaft. Bleibt die weiterhin stark, gehen aber gleichzeitig die Inflationsraten zurück und sinkt dann entsprechend sinken dann die Zinsraten auch von der FED, dann wird SoFi einen sehr starken Bullenrun haben, denn dann wird auch die Memberanzahl insgesamt wachsen, man wird auch eben entsprechend wieder mit den Krediten deutlich mehr ausgeben können, die Ausfallraten werden nicht steigen und dann wird es ein sehr, sehr starkes Umfeld für die SoFi Aktie werden. Auf der anderen Seite, wenn dieses Eignis eben nicht zutrifft, sondern alles ins Negative kommt, dann kann man auch verstehen, wieso die SoFi Aktie eben von einigen geshortet wird. Ich persönlich gehe jetzt eigentlich relativ entspannt rein in die Quartalszahlen, ich rechne damit, dass wir genauso wie in allen anderen Quartalszahlen zuvor die eigenen Erwartungen geschlagen werden, wir haben ja hier eine Guidance bekommen von SoFi für das Q1 und ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwo im höheren Bereich mit reinlaufen, vielleicht sogar ein bisschen einen Tick schlagen diesen High Level und dann vielleicht sogar wieder ein Raise bekommen, das heißt, dass das SoFi wieder sagt, okay, wir erhöhen unsere Guidance für das restliche Kalenderjahr, das heißt, ein Triple Beat sehen und dann der Aktienkurs macht, was der Aktienkurs macht. Langfristig wird sich das eben auszahlen, was das Unternehmen leistet und langfristig geht eben das Unternehmen in die richtige Richtung. Vielleicht ist es auch jetzt, was wir hier mit dem Aktienkurs sehen in den letzten Tagen, dass man eben nicht so negativ reagiert wie der Nasdaq oder auch der S&P 500, die ja deutlich im Korrekturmodus sind. SoFi bleibt hier einigermaßen stabil. Vielleicht ist das ein positives Signal und wenn nicht, dann eben nicht. Für mich ist es eben wichtig, was das Business macht, was das Management langfristig macht und das zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Was erwartest du vom SoFi Quartalsbericht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für's Schalten und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao.